Beim Spiel des EC Red Bull Salzburg gegen den FASV hat zunächst einmal die Gastgeber an der Scheibe. Die Gastgeber in den weißen Dresden versuchen es, was immer noch die Gastgeber, die die Gegner aus Kärnten, in ihrem eigenen Verteidigungsdrittel einschnüren, aber vielleicht jetzt neuer Versuch. Eines der Wend-Entlastungsangriffe auf das Tor der Villarer. Gute Aktion, immer noch die Red Bulls an der Scheibe, neuer Versuch, aber die Gäste aus Villar können sich befreien. Jetzt wieder neuer Versuch, wieder die Gastgeber vom Tor.